Also irgendwann muss ich mal was essen. Ich bin so um 18 Uhr. Ganz schlimm, fetten Algen ja so. Möchte jemand, dann müssen wir das abrufen oder was? Nee, danke. Also ich würde jetzt mal was sagen. Abends können wir schöne Nudeln, Pader und Würschen. Mit Würstchen drin geschnitten, mit Pesto. Ach, die rote, das ist rote Pesto. Ist nicht so teuer. Dann machen wir's so. Dann machen wir's so. Dann gucken wir heute Abend oder morgen Abend. Nee, wir kochen heute. Und morgen Essen? Damit wir erstmal ankommen. Dann werden wir mal zwei mal verbitten. Nee, nee, danke. Der Kaffee schmeckt nicht. Okay. Dann dreimal rote Pesto. Naja, hier in der Nähe. Das ist grünes. 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 Das sind grünes. Das ist grünes. Das ist grünes. Das ist grünes. Und das ist grünes. Kannst du loben. Sie haben den alten Nürnberg. Woher kannte der? Ach so. Schon vom Rumröhnen. Früher, warte mal Toni, jetzt will sie ein Franky. Oder hat so eine Rockenfolge, dass sie da ist? Ne, die wissen alle. Gut, also falls mal ein Hund abhanden kommt, wissen wir... Die Afrika? Ja. In Breiden? Ja, ja, genau. Einmal. Eigene nur rote. Also wenn sie nach Kulti älter. Sie sollten so eine gewisse Zone einrichten für die, wo sie in dürfen. Also so ein Sichtfeld. Genau, ein Sichtfeld. Möcht mal jemand anderes die Kamera tragen? Nein. Die nehme ich mit so einem Job, nehme ich so einen Lauf mit. Ich will überlege, ob ich mir so ein Ding hier hole. Dann kann man sie vorne ran machen. Ja, da hatten wir Spätdienst oder Nackdienst. Echt? Wie viel Milch trinkt ihr denn so? Ja, ich glaube nicht. Ja, ich bin wie viel Milch an sich. Ne, 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 ne. Ja. Ja. Hier bleiben. Geht so doll. Großartig. Bei denen der Garten ist dann auch umgeräumt. Du musst vielleicht kurz nicht mal überstehen. Aber die sind ja untereinander. Ja. Nein. 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 Hallo. Guck mal. Liberal. Das ist das biliš. Schöner Sen. Si. Oh ja. Hier zu mir! Franki! Nein! Boah, Alter! Wir sind nicht in Ehen! Wasserkocher, bitte! Kann man Wasser kochen? Ja, gell! Dann kann ich mir nämlich mein Nacht-Tier machen, abends, oder wenn ich so... Oh, ey, jetzt laufen Stämme aber irgendwann weg! Ja, so ist mir das echt nicht so was. Aber das ist krass. Wo ist halt da? Bei der Bäcker ist es nicht sehr gut. Wo kommt das Brüchen hin? Das ist eine hauptliche Aussage. Aber das ist Ölmeer hier. Da bin ich jetzt nicht oft... Wird mal beim Bäckern hier immer noch eine Überlose Aussage und wechseln. Das muss nicht sein. Ernsthaft? Ich bin auch zu viel gelogen. Ja. Ich bin auch gar nicht vergessen. Nee, ich hab nicht geschlafen. aber ich möchte nicht irgendwas machen. Ich bin alles mit dem. Ich hab echt mal gefunden. Ich hab ja Geld auf den, also ich bin auch noch mit der Pflegekiste. Ich hab auch noch bei, wenn man die Aktivitäten ja drüber confuse, ich hab jetzt nicht ganz klar, und ich hab noch keinen Hut. Ich hab immer da, was ist ihr alle so gut, was ist, wenn sie nur so hoch? Na ja, wenn der lebt Pilo. Also kann er die Seite machen. Hier bleiben! Hier! 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 Hier zu mir! Hier! 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 Schluss jetzt! Schluss jetzt! Schluss! 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 Na! Hey, man kann die Tube nicht essen! Okay, also wir haben... Warte! Nee, runter dann! Komm her! No! Ja! 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018